Und wenn es immer wieder kommt, dass wir uns möglicherweise schämen, dann ist es der Ankläg und den dürfen wir getrost zurückweisen und sagen, nein, ich bin Bürger des Reiches Gottes, nein, ich habe ewiges Leben, nein, ich bin geliebt, nein, ich bin reingewaschen. Kannste kommen, kann es wieder gehen.